Wie sie in wenigen Minuten kinderleicht überall Zugang zum Arbeitsplatz bekommen. Kai ist erfolgreicher Unternehmer. Er hat eine Menge zu tun. Aber er möchte auch gerne mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Deswegen ist es für ihn wichtig, von überall kinderleicht Zugang zu seinem Büroarbeitsplatz zu haben. Sein Supporter des Vertrauens hatte ihm ausführlich erklärt, wie das typischerweise gemacht wird. Irgendwas mit VPN müsse eingerichtet werden und danach habe er Zugriff über RDP. Danach ging das fachchinesisch richtig los. Er weiß noch, dass die Einrichtung bis zu 14 Tage dauere, der Zugang über andere Geräte wie Tablets und Smartphones schwierig werde und dass mögliche Schädlinge aus dem privaten System das ganze Firmennetzwerk bedrohen könnten. Obendrein soll er dafür auch noch bis zu 500 Euro zahlen. Das hat sich Kai anders vorgestellt. Dann berichtet ihm sein Supporter von etwas Neuem. PC Visit Remote to Office. Mit Remote to Office greift Kai bereits nach wenigen Minuten auf seinen Arbeitsplatz zu. Ganz ohne Risiken. Es ist kinderleicht. Sein Supporter schickt ihm eine E-Mail. Zwei Klicks später ist Kai im Büro. Egal wo auf der Welt. Egal mit welchem Gerät. Und das für einen Bruchteil des VPN-Preises. Kai ist glücklich. Kontaktieren Sie direkt Ihren Supporter für schnellen und einfachen Fernzugriff. Egal mit am passen. Körgüter. Spannung von Säden und hoffen die G. hopefulen wide. Schüler und müssen wir auf der Welt sein. Egal mit dem, die G. Vielen Dank.